Scheiße! Okay, ähm... Gut, das wäre getan. Jetzt können wir mit den Zwillingen... ...das Rattengift holen und dann wird das ganz, ganz böse Ende seinen Lauf nehmen. ...dass die Türen zu geben, wird eine riesige, verrückende und schreckliche Mütze geben. Zudem sind die Zutaten, die Blurred-Vision, die Zutaten und die Zutaten zu spielen. Oh, Gott! Oh, das Zutat ist für uns, nicht für die Rats. Geh, spiel mit dem Ratten in den anderen. Ja, wie... Äh, wie, wie, wie kann ich denn jetzt? Habe ich jetzt den... Okay, ich habe das Hundefutter vergiftet. Ja, aber wie, wie kriege ich denn den Hund jetzt dazu, dass der isst? Komm du mal gerade da wieder raus. Ist, Moment, Moment. Moment. Ist das eine Telefonzelle von Dr. Who? Ähm, wie kriege ich den Hund dazu, dass der jetzt wieder essen will? Damit der irgendwelche Geräusche macht, die Tussi abgelenkt ist. Ich kann das Essen mit Rattengift vergiften und dann... Komm, wach auf jetzt. Ach, ich habe keinen Knochen mehr. Warte mal, wo war denn noch ein Knochen? Probieren wir das mal noch aus, ob das wieder geht. Und am meisten stört es mich gerade. Ich habe das letzte Bild noch nicht. Ich habe das letzte Bild noch nicht und ich möchte das haben. Ja, jetzt kriege ich die Schaufel raus. Ich fasse es nicht. Gleich fertig? Was? Achso, die Suppe. Ja, ja. Natürlich. Gleich fertig. Mhm. Ich freue mich drauf. Knochi, Knochi. Aha. Ja. Ich lasse mir dann mal Zeit. Okay, geschafft. Oh, Alter. Ja. Ich weiß, das ist warum ich nicht immer Kinder hatte. Achso, das und, dass ich ein Knochen mit einer realen Fertigung nicht mehr als Reproduktion. Aber das ist neben dem Punkt. Der Punkt ist, die Twins... Achso, ich weiß nicht, ob es ein Punkt ist in ihrer Schatzung. Aber sie finden, dass ihre neurede Freiheit, die ein Knochen größer ist, als sie die die Figur aus der Erinnerung zu denken. Und wie bei den restigen unseren Reisen, und vielleicht sogar du, ich glaube, das ist, nur Zeit wird sagen. Wir gehen wollen wir unsere Reise? Das war bis jetzt mit Abstand das Düsterste, was hier passiert ist. Krass. Okay, wir haben mit den Kindern die Eltern umgebracht. Die Geräusche waren auch sehr angenehm. Naja. Ach, verdammt. Und wir haben das letzte Bild immer noch nicht. Wo kann es nur sein? Nach diesem Bücherregal-Ding habe ich jetzt echt Angst, dass es irgendwo versteckt ist und da geht es runter. Ja, nee, am Arsch, Leute. Am Arsch. Da springe ich jetzt nicht runter. Dann gehe ich lieber noch mal zehnmal durch das Haus hier, um zu gucken, ob hier irgendwo das Bild versteckt ist, so wie eben hinter einem Bücherregal, als dass ich da jetzt einfach runterspringe und dann komme ich nie wieder hier rauf und das Bild ist weg und dann habe ich es nicht 100% durchgespielt. Wenn ich jetzt schon die Chance dazu habe, das so zu schaffen, dann will ich das auch so. Aber ich wüsste halt auch nicht mehr, wo. Äh, scheiße. Noch ein Bücherregal? Das wäre aber wirklich sau doof, wenn das jetzt zweimal das Bücherregal wäre. Ich muss sagen, von Chuck, der Pflanze, bin ich ein bisschen verwirrt, dass da gar nichts kam. Also... Ja, gar nichts. Oder? Nee, die haben wir nicht gegossen. Nicht vergiftet. Da haben wir gar nichts mitgemacht. Ich bin einfach da. Ich kann nichts damit anstellen. Das ist ein bisschen seltsam. Ich bin gerade gewillt, in der Lösung nachzuschauen, wobei ich glaube, dass in den Lösungen nichts von den Sachen drin steht. Ich schaue mal gerade flott. Moment mal. Zack. Bla, 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 bla. Und die Rattenmittel, Topf zu essen geben. Bla, 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 bla. Tja. Nee. Da steht leider nichts von den... Von diesen Bildern. Mist. Oh, warte mal. Hier was? Nee. Das wäre wirklich sau doof. Zwei Bilder direkt nebeneinander, hinter den zwei selben Rätseln. Das wäre ein bisschen schwach. Na gut, dann... Ja, komm. Beten. Beten, beten, beten. Das ist da unten. Ich wollte mich jetzt gerade fallen lassen, weil ich mir gerade nicht sicher war, ob hier was ist. Ach so. Wir kommen einfach nur wieder zurück. Ach so. Ach so. So, jetzt müssen wir selber durch den Kanal hier durch. Und dann... Ah, okay. Ich weiß es. Ich weiß es. Dann bin ich hier falsch. Haha. Falsch. Falsch. Oder... Nee, 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 nee. Nee, nee. Hier bin ich richtig. Ich muss nämlich dahin, wo ich gerade eben schon mal war, als ich nachgeschaut habe, ob da noch das letzte Zwillingsbild hängt. Und zwar hier unten hin, wo wieder drei Schalter sind. Und da sind die Kameraden auch schon. Die brauche ich nämlich jetzt da. So. Also, ich brauche euch. Gut, dass du immer noch einen Knochen bei hast. So. Einmal sie. Einmal den Hillbilly. Zack. Und einmal euch. Zack. Ha. Was ist da oben? Was ist da oben? Was ist da oben? Ich seh' jetzt nix. Oh. Okay. Jetzt gibt's kein Zurück mehr. Und ich bin... Nein! Ach, nö. Ja, gut. Das haben wir noch. Ja. Ach, komm. Lassen wir sie. Ne, warte. Äh, sie. Na super. Ja, mein Lieblings-Part. So, dann gucken wir uns mal ein bisschen um. Ach, fuck. Ich wollte mich gerade freuen. Das falsche Bild. Das brauchen wir nicht. Ja, ja. Aber okay, dann haben wir auch noch genug Platz hier überall, um, äh, das letzte Bild der Zwillinge zu finden. Das geht hier jetzt noch eine Weile. Fuck, ich war echt der Meinung, ich schaff's jetzt ohne das hier. Dass ich's nicht nochmal machen muss. Tja. Nauterhütten. 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 Dann brauche ich, brauche ich noch weiter zu spielen. Und das ist ja jetzt nicht mehr wirklich schwer. So, hier unten bringt's mir jetzt gar nichts, dass ich hier rumlaufe, deswegen laufe ich hier jetzt mal rum. Ruckel, 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 ruckel. Na komm. So, einmal da hin. Achso, ich muss mich ja einmal fassen. Tach. Was ruckelt denn das jetzt gerade dauerhaft? Ist ja... Ist ja pfui. Hör auf zu ruckeln. Hui. So, wunderbar. Unnötig. Echt jetzt? Wäre ich jetzt selber nie drauf gekommen. So, okay. Jetzt laden wir mal schnell den Kasten wieder auf. Zack. Raus hier. Und jetzt braucht der Hillbilly auch noch einmal. Ach, sag mal. Dass man hier auch wirklich keine zwei Zentimeter abkürzen darf. Das meinte ich vor tausend Videos wahrscheinlich für euch. Dass dieses Spiel sehr schlecht geeignet ist für Speedrunner. Man kann überhaupt nicht abkürzen. Das geht nicht. Sobald man abkürzt, ist man tot. So, dankeschön. Wunderbar. Ach, das Ruckeln nervt mich jetzt gerade. Das soll jetzt mal wieder aufhören. Das ist ja gerade extrem penetrant. Bin ich zu schnell, oder was? So. Aber wir haben es gleich. Jetzt nur noch einmal Batterie aufladen gehen. Und dann... runter... ...Kiste auf Monster. So. Runter, Kiste auf Monster. Und dann... ...abspielen lassen. Würstchen holen. Monster locken. Und das war's. Und natürlich, wie immer, wenn ich aufnehme, geht plötzlich mein Handy wie blöde. Okay. Okay, so. Jetzt du. Das ist das Ding mal los. Das ist jetzt uninteressant. So. Hurel. Gut, das haben wir. Jetzt nur noch Würstchen holen und dann ist der Quatsch hier auch vorbei und dann müsste eigentlich die Insel direkt danach kommen, oder wie? Hey, wer bist du? Ach, ach. Ja, natürlich. Alter, was? Wo setzt der mich jetzt hin? Ist der bescheuert? Wenn man zwei Zentimeter zu weit läuft, ne? Ach, ist es doch zum Kotzen. So, Hotdog-Würstchen. Okay. Jetzt haben wir es aber wirklich gleich. Monster, einmal herkommen, bitte. Na komm, na komm, na komm. Und tschüss. Und wieder, wir gehen zuerst mal nach hinten. Nur, um sicher zu gehen, dass da nichts mehr ist. An Bildern. Oh, ey, das ist so grauenhaft. Ich weiß echt nicht, was die da bei der Wii U geschafft haben. Also, auf allen anderen Konsolen und auf dem PC ist es so weit. Ich weiß nicht so. Das ist wirklich übel. Und typisch Nintendo-Politik, die verlangen wieder so viel Geld, dass, äh, Double Fine sich sagt, ja, leck mich am Arsch. Also, wenn ihr so viel Geld dafür wollt, dass wir einen Patch rausbringen dürfen. Also, wir müssen den Patch machen und dafür bezahlen, dass wir den Patch rausbringen dürfen. So läuft das ja. Ähm, dann bringen wir halt gar keinen raus. Ich würde fast behaupten, so läuft das gerade ab. Deswegen läuft das auch immer noch so schlecht. Und yes! was wir präinten. Ich weiß nicht, was wir machen? Und zwar bist du mitgang Ende für Three